Was? Ja! Ja! Unbelievable Juuuhuuu! Das macht grad überraschend viel Spaß, muss ich einfach so sagen. Huah! Sorry, aber was mach... Der liegt da rum und ich treff ihn zweimal. Ich verstehe diese Waffen nicht. Also die Battle Rifles sind ja wirklich der letzte Schmutz. Hä? Ich spiel als Third Person und ich krieg sonst nix mit der Waffe hin. Nein, eine Kleinigkeit nebenbei. Ich habe eine TikTok Account. Vielleicht würdet ihr da gerne reinschauen, falls ihr so TikTok mögt. Und äh, GustavXGabel heißt der. So, ganz guter Content sein, hab ich gehört. Aus mehreren Quellen. Gerne mal reingucken. Dankeschön. Seid ihr komisch, dass man First Person anfängt? Und dann so... Blob. O, 참 situation! Hö ö, suchen die grad echt so langsam ein? Ist diebar schlecht, oder? Irgendwo ist ja noch einer. Kann ich das so machen? Na gut. Ich habe mich jetzt nicht sicher genug gefühlt, da sinnvoll reinzugehen. Der weiße Punkt in der Mitte trotzdem wackelt. Schade. Warum braucht ihr jetzt eigentlich zwei Headshots? Wo? Ach, der Halt dahinter. Die ist anscheinend nicht so heftig wie die andere, ja. Das war ein Gegner. Also ich komme echt gar nicht mit dem Umschalten zurecht. Das funktioniert so schlecht, finde ich. Voll schade. Okay, assist. Enemy UAV, ja? Nein, die ist da direkt hinter. Das ist so krass, ne? Wie viel einfacher ich das mit der Waffe hier machen kann? Das ist einfach nur sinnvoll, das so zu machen, wenn du mich fragst. Oh, ich hätte echt gedacht, dass der rechts gewinnt bei mir. Er hat wohl verloren, Chad. Äh. Okay. Da muss man ja schuld gewesen sein. Ist aber woher daraus, wenn ich ehrlich bin. Bin gerade nachgeladen, der Arme. Also kommt mir vor, als wenn ich gerade eigentlich ganz gut level. Hallo da. Huh. Oh mein Gott. Sag mal, snipet der wirklich? Kommt mir gerade irgendwie so vor. Das ist ja wirklich, also da habe ich ja wirklich Glück gehabt mit so ganz komischen Gegnern hier. Okay. Also, die Time to Kill der Waffe ärgert immer schon ein bisschen, oder? What the f*** ist das denn? Ich ziehe auf seinen Kopf. Ich habe die Waffe gefühlt schlechter gemacht, als sie vorher war. Danke. Ich meine, mir ist schon klar, dass wahrscheinlich jemand da kommen wird. Aber ich muss halt, ne? Ich will ja auch meinen Kollegen da helfen. Hätte trotzdem klappen können. Ich sehe einfach aus, als wir das Battlefront spielen. Das macht gerade überraschend viel Spaß. Muss ich einfach so sagen. Das ist halt direkt da vorne, ne? Okay. Die Waffe macht mir zu wenig Schaden. Gerade. Nein, ernsthaft? What the f***? Da war anscheinend noch jemand. Oh, der hat's hingelegt. Den habe ich nicht gesehen. Du Lutscher. Boah, den hat er ganz knapp bekommen. Let's go. Baby, das macht ja so viel mehr Spaß. Oh, das macht ja so viel Spaß. Bro, was ist mit diesem Mojo-Dos hier? Wow! Fuck yes! Okay, ich muss zugeben, ich habe zuerst auf die Rechte geschossen und irgendwie habe ich gedacht, die sind tot, als ich da weggewinne. Woo! Ist halt so komisch, dass man nicht im Sprinten und so ZV wechseln kann. Why? Wir gehen trotzdem ab, Junge. Aber macht schon gerade ordentlich Spaß, so, wenn man mal ein bisschen durchgehen kann. Und die Waffe fühlt sich endlich mal nicht wie der letzte Schmutz an, so. What's going on, Baby? Nö, irgendjemand? Okay, das war unglücklich. Aus der Hüfte. Ich habe aufgehört zu schießen. Er ist gesprungen, deswegen ist er nicht so schnell gestorben, wie ich erwartet habe. Boah, da waren wir gerade richtig drin. Oh mein Gott! Das ist bisher die spaßigste Runde, die ich heute hatte. Ah, zu langsam. Ich glaube, das holt die ganzen Fortnite-Kids auch noch ab. Ja, perfekt, Mann. Nee, also ich habe das Gefühl, dass ich gerade einfach das Beste draus mache, mit welchen Waffen ich hier spielen muss. Also manchmal bin ich so genau auf den Kopf und wundere mich einfach nur, dass es nichts macht, ne? Und man muss sagen, eine sehr, sehr positive Sache für die Spielmodus ist, dass Sniper so schlecht sind, dass sie keiner spielt. Geil, Mann. Das war eine krasse Streak, sagst du? Final Kill hatte ich schon. Oh mein Gott! Die Augen von ihr waren so... 50 Kills! What the fuck? Ohne Streak-Streak. So, aber wenn das jetzt nicht viele Level waren, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, weißt du? Damit kann ich schon mal leben. Ja, verpassen! Ja!